Gut schau' wir aus. Schien! Richtig! Wir schauen sogar sehr gut aus, ne? Wer ist er? Er ist ich und ich bin du. Und hör auf mit dem depperten Majestätes-Plural. Wir sind unter uns. Was will ich von ich oder dem? Ich mach mir in letzter Zeit ein bisschen Sorgen um dich. Du trinkst zu viel. Dein Hirn ist ja schon Brei. Du bist ja sogar schon so beinahmt, dass du mich siehst. Ja und, was ist das Problem? Du schaust super aus. Außerdem bist du in der Einbildung. Das haben wir schon öfter gehabt. Willst du was trinken? Du bist ja so angsoffen, dass du nicht einmal überreist, dass du die Einbildung bist. Verschwind jetzt. Wir werden gleich sehen, wer da die Einbildung ist und wer verschwindet. Seifelstein! Majestät, sehen Sie uns Seifelstein? Sehr wohl Majestät. Majestät sehen großartig aus. Aber das wissen wir Seifelstein. Wir wollen wissen, ob Sie uns beides sehen. Majestät, das ist eine etwas eigenartige Auslegung des Majestätsplurals. Seifelstein, konzentrieren Sie sich. Ja? Wir wollen von Ihnen wissen, ob Sie uns doppelt sehen. Nein, Majestät. Ja, aber nicht so. Ich habe gewusst, dass du die Einbildung bist. Du solltest trotzdem anfangen mit dem Saft. Ja, sicher nicht. Das ist ja überhaupt kein Problem damit. Du schaust super aus, bitte. Du schaust mal eh. Irgendwann werde ich Sie nicht mehr verheimlichen können, dass ich den anderen auch sehe. Ich halte das nicht mehr aus. Komm, gehen wir einen Hüpfen. Und wir müssen auch nur dir zuures auf, Köder aus. Vielen Dank.